Hallo, heute zeige ich euch eine neue Maschine in meiner Werkstatt und zwar die Laser-Graviermaschine. Damit kann ich am PC zunächst Grafiken erstellen, die dann direkt an so eine Art Drucker übertragen werden, was aber in diesem Fall eben eine Laser-Graviermaschine ist. Die überträgt dann die Bilder, das können eben normale Bilder sein oder auch Initialen oder Logos, auf Holz oder auch auf Leder. Damit bin ich künftig in der Lage, Verpackungen, Lederetuis oder auch Ablagekonsolen noch individueller zu gestalten, als das bisher schon der Fall war, passend zu jedem Schreibgerät. Vielen Dank.